und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freunds gepflegten klemmer steinbaus heute mal wieder mit einem set von keyplay und zwar der k 10 113 das klappbuch mit einem tempel im inneren bevor wir jetzt zu dem set kommen noch einmal eine kurze bitte ihr kennt das schon aus den anderen keyplay videos auch wenn es hier natürlich streitigkeiten vorrangig von dem stein gemachtes shop und eben keyplay gab beziehungsweise auch einfach in der person von torsten und keyplay bin ich hier um dieses set nach steinen und seiner qualität zu bewerten ich bin natürlich auch kein fan von dem was dort passiert ist trotz alledem bin ich keiner der hier auf unternehmensstreitigkeiten eingeht oder politische fragen klären möchte sondern ich bin hier um das set zu erleben und es ehrlich zu bewerten genauso möchte ich wenn es gut ist auch sagen dass es gut ist auch wenn vielleicht diese hintergeschichte besteht und ich werde dieses set nicht einfach nur aus prinzip schlecht reden obwohl es mir gefallen hat das wollte ich einfach noch mal vom anfang an ansprechen hier geht es nur um die qualität des sets hier geht es nicht darum was irgendwo im hintergrund passiert ist ich fand ja die klappbuch idee an sich sehr gut aber ich habe ja schon die verbotene stadt vorgestellt und diese war mir zumindest zu teuer und hat mir auch nicht allzu viel gegeben ob das jetzt generell so ist finden wir mit diesem klappbuch hier raus oder ob mit dieses set hier besser gefällt dieses set ist mit 30 euro eingepreist gewesen von der uvp ist aber jetzt in sehr vielen shops mit einem ordentlichen rabatt zu bekommen also mehr als 20 euro muss man für dieses set stand jetzt nicht ausgeben ich finde ja zum beispiel auch diese koffer modell eisenbahn sehr cool wo man auf kleinsten raum eine mobile modell eisenbahn reinbaut und deshalb finde ich auch an sich diese klappbaren transportablen sets ganz interessant ich hoffe also dass ich mit diesem set hier mehr spaß haben werde als mit der verbotenen stadt wenn wir uns die verpackung anschauen ist die wie wir sie von keyplay kennen sehr sehr hochwertig wir haben diese tolle rot goldene verpackung der schriftzug ist noch mal erhaben der druck ist etwas erhaben und es ist alles in diesem schönen glänzenden goldschimmer ihr wisst darauf stehe ich sehr dasselbe gilt auch für die oberseite aber etwas wichtiges zu sehen gibt es dort nicht genauso wie auf der linken seite und auch auf der rechten seite gibt es nichts spannendes mehr zu sehen auf der rückseite sehen wir dann noch einmal ein paar informationen zum vorbild die meisten von uns werden das leider aber nicht verstehen für mich steht an etwa das hier und wir haben auch noch mal die maße abgebildet und zwar wird das set im ausgeklappten zustand am ende 130 mm hoch 140 mm in die tiefe und 295 mm in der breite die funktion ist ja auch noch mal gezeigt da freue ich mich schon mal sehr drauf ich würde sagen machen wir das ganze doch mal auf als erstes finden wir drei große formteile für das buch eines davon ist auch bedruckt ich muss aber sagen ich habe von keyplay schon sehr sehr viel bessere druckqualität gesehen denn wir haben an dem druck mehrere verschwommene ecken grundsätzlich ist der aber schön dass es zu einer haben noch druck und viele andere hersteller hätten das schon als dicker gemacht dann haben wir noch das verbindungsstück als formteil und die andere buchseite genauso wie die bauabschnittstüten sie sind sehr schön markiert mit und eben auch über die steinequalität reden wir natürlich wie immer dann während des baus die anleitung wirkt dann fast schon winzig klein im vergleich sie ist auf jeden fall klammergebunden die papierqualität ist ordentlich und auch die druckqualität ist wie wir das von human respektive keyplay kennen ordentlich es wird verblasst dargestellt was schon gebaut wurde was neu gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt finde ich ist immer eine sehr schöne form der darstellung und insgesamt haben wir 58 bauschritte auf 34 seiten verteilt eine teilliste gibt es leider in dem set nicht auf der rückseite gibt es dann noch mal den werbeblock für andere sets der reihe aber ich würde sagen genug gequasselt ich fange an zu bauen und wir sehen uns dann gleich nach dem ersten bauabschnitt wieder 36 bau schritte sind nun um und man muss einfach sagen viel ist noch nicht passiert wenn wir überlegen dass wir über ein 30 euro set reden und schon die hälfte laut bauabschnitten fertig gebaut haben wir haben hier sehr sehr kleine steine und bauen einfach eine kleine fassade also wir haben bisher auch noch überhaupt keine tiefe drin das sind wirklich zwei kleine fassaden und es ist natürlich ein sehr sehr kleiner maßstab in dem wir diesen tempel hier bauen die steinequalität vom verbauen hat bisher spaß gemacht aber aussehensmäßig habe ich schon meine probleme also gerade wenn wir uns mal den blauton anschauen besonders hier in dieser ecke mit den einer bricks sieht man das extrem dass wir hier verschiedene blautöne haben das nicht wirklich konsistent und auch der grünton passt nicht zu 100 prozent wir sehen es auch hier dass es im grau nicht passt also das ist mir steine qualitätsmäßig leider zu wenig und da habe ich auf jeden fall auch schon besseres gesehen von keyplay respektive cumin wie gesagt das verbauen ist dort ausgeschlossen die steine fühlen sich sehr angenehm an sie sind sehr weich und die klemmkraft ist am ende trotzdem ausreichend aber aussehensmäßig gefallen mir die steine noch nicht ich hoffe auf jeden fall dass sich das set noch einmal ordentlich steigert es war einmal ein weises buch aus einem weit entfernten land mit vielen weisheiten gefüllt kam es in meine hand darin enthalten sind auch viele geschichten und eine hört ihr heute und zwar die geschichte eines sets mit einer guten idee das trotzdem mein herz nicht erfreut cringe das war schon alles was man zu dem set sagen kann also wir sehen uns beim nächsten video wieder okay vielleicht gibt es doch noch etwas zu diesem set zu sagen denn ich finde die idee an sich schön dass wir eine fassade bauen die wir in dieses buch in anführungszeichen hinein bauen das ganze dann zu klappen können ohne irgendetwas zu entfernen dass wir das dann auch verschließen können und rein theoretisch dann wenn wir zu freunden gehen dieses set mitnehmen könnten ohne dass irgendetwas daran kaputt geht ob man das jetzt unbedingt machen muss stellt sich die frage und für diese überlegung ist ja auch sehr sehr wichtig ob dieses set denn ein set ist was man unbedingt gesehen haben muss das wirklich sehr sehr schön ist oder besonders ausgefallene bautechniken hat und das hat dieses set überhaupt nicht ich würde sogar sagen bautechniken sind hier teilweise ungenügend wir haben eine fassade gebaut daran ist nichts spannendes die aufhängung des sets wird dann spannend aber gefällt mir von der konzeption überhaupt nicht wir haben hier einfach nur achsen befestigt auf beiden seiten und dann hier dieses gelenk was 90 grad noch mal in eine achse mündet und klemmen dann diese achse hier unter zwei steine so dass hier wirklich eine spannung entsteht das tut keiner von den achsen die darin verwickelt sind gut und sieht auch meiner meinung nach nicht gut aus die lösung wie sie hier umgesetzt wurde ebenfalls finde ich man hätte das buch hiervon noch viel schöner ausgestalten können mit ein paar mehr details denn hier wäre noch platz gewesen wo man etwas hinbauen kann was beim zuklappen eben nicht stört so gefällt es mir nicht wirklich auch die auswahl der buchfarbe finde ich nicht gelungen denn wir haben hier angedeutete teiche und ich finde teiche aus blauen trends clear teilen eigentlich immer sehr schön hier gehen sie aber komplett unter das sieht auch nicht wirklich schön aus man hätte hier noch viel viel mehr fließen können und auch müssen damit es gut aussieht das wurde nicht gemacht so haben wir hier nur diese rasenflächen mit wegen die aber irgendwie nichts halbes und nichts ganzes aussehen und da ist bei 30 euro für mich der anspruch auf jeden fall höher auch ist dann bei mir der anspruch teile qualitätsmäßig höher und die farbabweichungen ziehen sich aber durchs gesamte set das nächste ist noch wir hatten ein fehlteil diese braune gitterfliese sollte dort nicht sein dort sollte eigentlich eine graue normale fliese sein diese hat gefehlt der nächste punkt noch und den finde ich immer besonders eklig wir haben an bestimmten weißen steinen noch produktionsrückstände und die möchte ich auf jeden fall nicht bei so einem set haben also wie ich es schon am anfang etwas ironisch formuliert habe das konzept gefällt mir gut aber die umsetzung leider nicht wir haben dann noch ein print dazu bekommen das ist der print da kommt aber meiner meinung nach bei der fassade auch nicht wirklich zur geltung und auch der zuklappmechanismus ist mit sonderteilen geregelt da hat keyplay wahrscheinlich schon aus gutem grund zwei ersatzteile mit rein genommen die schieben wir einfach auf die buchformteile und bauen das ganze dann zusammen was mir daran nicht gefällt ist dass wir diese dünnen plasteteile einfach nur zusammenknicken das ist auch ganz interessant schön dass es auch in der aufnahme passiert hier unten löst sich hin und wieder mal der klappmechanismus das ist aber einfach wieder zu reparieren worauf ich aber eigentlich hinaus wollte wenn wir das ganze zusammenklappen dann drücken wir einfach nur die plasteteile zusammen und wenn ihr dann mal reinschaut seht ihr ja schon diese stressmarken und die werden super super schnell brechen das wird nicht lange halten und ist meiner meinung nach auch keine schöne lösung dort diese teile rein zu nehmen hätten sie diese aus einem gummiartigen material genommen hätte das funktioniert aber dünnes plastik ist dafür einfach nicht gut geeignet ich kann euch das ja auch noch mal am ersatzteil zeigen dass es vielleicht noch einmal eindrücklicher wir knicken das einfach so zusammen als würden wir das auseinander brechen die stressmarken sagen da meiner meinung nach schon alles und wenn mich der mechanismus nicht überzeugt mit dem die grundidee umgesetzt wurde und das aussehen auch nicht überzeugt und es nichts gibt was man an diesem set eigentlich unbedingt vorzeigen müsste dann muss man einfach sagen ist dieses set eines der unnötigsten sets die ich je gebaut habe denn einen großen bauspaß hatte ich mit diesem set auch nicht es fühlt sich natürlich ganz lustig an das mal auf und zu zu klappen aber das reicht mir für 30 euro als set konzept nicht bei so wenigen steinen und auch die großen formteile und die drucke kosten natürlich etwas aber die sind keine 30 euro vp wert und ich muss auch ganz ehrlich sagen so wie es vor mir steht und damit dass das set konzept hier super schlecht umgesetzt wurde meiner meinung nach und das aussehen mich nicht überzeugt die qualitätssicherung nicht passt mit dem fehlteil den produktionsrückständen und den vielen verschiedenen farbtönen dann klappe ich diese geschichte lieber ganz schnell zu vergesse das ganze und werde diese box hier ganz schnell auf eine reise schicken aber auf jeden fall nicht in mein herz und auch nicht in mein regal weg damit auch wenn ich mich wiederhole sehr sehr schade die idee hat mir gefallen aber zwei umsetzungen haben mir jetzt schon nicht gefallen die schatulle und diese buchumsetzung haben mir nicht das gegeben was mir eigentlich das konzept hätte geben können und deshalb gibt es grundsätzlich für dieses set keine kaufempfehlung wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt und ihr das vielleicht ganz anders seht dann schreibt das wie immer gern in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat auch wenn der tenor hier leider mal wieder etwas negativer war dann lasst doch gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich hoffe wir sehen uns nächstes mal mit einem besseren set wieder ich wünsche euch auf jeden fall noch einen wunderschönen tag haut rein euer veliprick bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal